sternzeit 1700 30.5 logbuch des captains wir machen uns los in ungewisse zeiten ein dunkler schleier liegt über dem horizont die sterne kaum noch zu erkennen wird das alles ein gutes ende nehmen können wir die tikon aufhalten wir werden es herausfinden sehr viel ruf an die crew wir sind wir bereit los geht's eine runde star trek resurgence und ja ich muss auch mal ganz kurz mal kamera eben noch mal ganz kurze die kunde die sie zu dunkel aus was ist da los ist da los woran liegt das denn das ist nicht in ordnung nein 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 das war ich damit zu tun okay und danach gespeichert das gibt es doch nicht machst du einmal ob er es zu ist alles wieder kaputt und aus das gibt es nicht egal so profis wir haben die profis play the blood of battle moin kurin hallo fenner schön dass ihr da seid wir machen direkt weiter wie geht es euch so habt ihr bock das ja gelten ist klar so die man stinger liebt ich habe hier fast sagen jetzt wo es ging nur fast warm warm kein bock ja geht mir eh nicht zuerst aber mit der wärme zuerst 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 So, mitten in der Action. Den gut alten Raumkreuzer, äh, Raumkreuzer, nicht Räumkreuzer aufhalten. Ich hab mal so geguckt, ich hab mal tatsächlich insgesamt jetzt schon knapp 10 Stunden gespielt. Und da man ja sagt, das Spiel geht so um die 10 Stunden, hab ich das dumme Gefühl, das wird doch eine sehr, sehr kurze Aufnahme werden. Wenn dem so sein sollte, werde ich, äh, an das Ende des Streams hier, woher kommt denn da rein? Wahrscheinlich noch einmal, nee, äh, eine Runde Hogwarts Legacy ranhängen. Da es ja heute relativ früh ist, mit 17 Uhr. Schaff ich ja meistens nicht so früh. Ah, da crouch wir mal ein bisschen durch. Das sehen wir aber dann, wie schnell wir wirklich fertig sind, oder ob es doch noch ein bisschen länger dauert. Und das macht man daran fest, das Ganze nicht wahr. Ja, jawohl, aber erstmal konzentrieren wir uns völlig hier auf diese extrem, ähm, heikle Situation und benutzen die Konsole eine Runde. Äh, 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 ah, da, da, da seh ich was. Ist aber auch, äh, schwer zu erkennen. Was spreche ich eigentlich dagegen, das Schiff in die Luft zu jagen und die selbst zu opfern, um die aufzuhalten? Ich frage nur mal so. Ist mir ganz so eingefallen, ganz spontan. Außer wenn ich natürlich retten will, klar. Äußersten Fall, meine ich. Na klar, na klar. Das war jetzt alles, was ich gemacht habe? Nein, noch nicht ganz. Scheint langweilig zu sein. Ach, sie ist ohne Symbiont, heißt das? Das ist ja nie erwähnt, tatsächlich. Sind aber sie wenigstens hier die Semionten bekommen, daher. No way to do. Also Afterlife, nee, wenn, dann hier, gut. Ja, also, alles nicht so meins. Ja, ehrlich. Ja, ehrlich. Ja, ich weiß nicht mehr, vielleicht nicht. Aber ich kann nicht die Möglichkeit, die Möglichkeit. Du kannst nicht ein negativen. Dann vielleicht kann man das verstehen. Meine Leute haben eine spezielle Reise. Wenn die Lydien sterben, wir wiederholen uns mit unseren Bekannten, Familie und Ancestors. Auf der Parade-Granse von Cyrella? Das ist nur ein Teil davon, aber... Ja. Die Tod ist nicht das Ende für uns. Also, selbst wenn ein Teil von Itasca bleibt, indem wir die Dachan benutzen, indem wir die Dachan benutzen, indem wir die insofern nächsten Schritt verletzen, und am schlimmsten, wir lassen sie als eine Kriere in ihrer eigenen Geist. Du willst, die Transformation zu retten. Und so mache ich. Jetzt, dass ich es gesehen habe, macht es mich ein Hypokritiker, zu sagen, dass er ein Punkt hat? Tja. Tja. Ah. Ja. Es sind noch die zwei. Irgendwie stimmt das ja auch. Ah. Die sind nicht bei ihm? Ja. 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 scène. Ja. 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 Du solltest versuchen, sie wieder zu sehen. Hm? Habe ich eins drückt gerade? Ich wollte zwei drücken. Oh... Mist. Schmisch. Mist. Ich auch. Bonds sind nicht von dem, was durch deine Beine geht, sondern das Blut, das du zusammen spielst. Vitoska war meine Familie in diesem Weg. Ich möchte, dass du wissen, dass es nichts gibt, was ich in diesem Kampf nicht verletze, um dieses Kampf gewinnen. Hm. But if we're lucky enough to survive, I'd be honored if you took me as one of your tribe. Uh, ha. You already were... Nee, nee. Let's... Ich halt mal als zweites wahrscheinlich in seinem Sinne. Immer das hier. You already are ist auch ein bisschen sehr... Fazitisch. Ah, ein... Kon... Komet. Ach, das ist wie... Okay, beide sind ja schön. ... 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 Pizza ... ... ... ... ... ... ... ... wird die konfrontation weiter vor sie her geschoben ja richtig kurini guck mal da bist du verknüssen verknüssen verzeihung verknüssen auch sonst alle irgendwie warum scannt man den captain nicht einfach so hinterrücks das sollte auch kein problem sein oder ihn generell fragen oder irgendein vorwand noch mal vorbringen dass man noch mal alles kennen soll weil offenbar verrät zeugs keine ahnung habe ich vertippt du honk selber du honk wie kann man denn das üben übert hitten du honkine also i und o und u und k verstehe ich noch aber das ist fünf meter weiter weg in private okay fühlt sich wohl dabei ach so ich dachte ich dachte ich kann mal der reihe nach alle nehmen jetzt habe ich offenbar einen ausgewählt mit dem ich jetzt darüber reden muss und das bleibt doch der eine dann weiß ich nicht ob ich die gewahr getroffen habe gerade da hätte ich ja die trolle genommen glaube ich die wir noch am ehesten auf meiner seite ah verdammt too late mhm ich weiß mein tool wird ein eigenleben ist klar reason to believe he's been bioformed and is now actively working against us based on what someone is sabotaging the mission they planted a taconian device in engineering captain solano was in engineering while we were on delphi ardu for and he purposely evaded dr duvall's bioscan kind of even if it skirts the boundaries of starfleet regulations that's exactly what the captain was hoping for when he brought you on as first officer eigentlich habe ich ein bisschen widersprochen als ihm die rücken gestärkt aber ok ich weiß nicht ich habe ihn ja nur aus Versehen quasi gewählt tja wenn wir first met on the starbase i told you about the accident that took so many of our crew sie fand du massenbar seite sorry for my loss the captain being bioformed that's our loss wenn es denn so ist ihr habt noch keinen beweis we will survive this leute i have dr duvall support for relieving him of command once we get a bioscan of captain solano we'll have the proof to make that happen he'll never agree to it warum sollte er nicht he 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 are you prepared for that especially under these circumstances in this way tja hier haben wir die drei denn es ist die wahrheit aus meiner sicht i hoped i would be captain someday but i didn't want it to happen oh das keks danke für den follow schön dass du da bist nass wir sehr gefunden oh da das werde ich nach dem tix von youtube zu tun das wird so unangenehm so unangenehm lieber noch mal ganz kurz den chat lesen ich beobachte ihre augenbrauen so gerne muss man darauf achten beweglicher ist die schlange ja generell hier bei den meisten charakter modellen ist auch wie man sieht sehr viel in deren gesicht passieren einfach das ist cool moin eigentlich habe ich wegen dem spieler her gefunden um zu fragen ob es sich lohnt ähm ja kurz ja das habe ich erst gestern erklärt jemandem der das gleiche gefragt hat ähm ich nehme an du bist star trek fan lieber das keks und äh das war die kurze antwort ja lohnt sich die zweite antwort ist es ist technisch nicht super 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 rund es ist halt maximal full hd auflösung und 30 fps ich habe jetzt ein workaround gefunden am pc durch ein fanpatch um es auf höhere auflösung zu bringen und 60 fps abgesehen von einigen sequenzen die halt auf lockt 30 sind der sound wie man gehört hat gerade ist so ein bisschen krisselig wenn die leute sprechen sehr wie der pro band achso ich wollte pro band sagen ähm und es ist technisch halt generell auch nicht auch von animationen her nicht auf dem höchsten level es ist halt eine indie produktion von einer handvoll leute ich glaube das waren 20 oder 30 leute im team das war nicht so viel die damaligen telltay games die ja ursprünglich auch den den großteil der crew die hier anrang saßen beinhaltete hatten da noch mehr leute gehabt jetzt ein bisschen mehr feindschiff und so weiter aber als starshack-fan wirst du auf jeden fall bedient es macht sehr viel spaß das ist interaktiver film im prinzip und der ist auch nicht schlecht erzählt die dialoge sind nicht verkehrt die story macht spaß ja holst die ruhig kann man nicht verkehrt machen ich glaube auf epic da steht so was mit 30 euro so wie ich habe es da für epic 25 euro gekauft glaube ich oder sowas ist auch recht günstig finde ich das kann man nicht viel falsch machen pro band genau so weiter geht's kein problem nicht dafür ach ja nur auf englisch sprache und text vorerst jedenfalls falls das problem sein sollte wichtig zu erwähnen trotzdem ich will das nicht das ist ja auch wo man sagen das ist typisches ketten gehabe sich nicht scannen lassen zu wollen das hat noch nicht zu heißen alle captains aus irgendwelchen gründen irgendwie so und die spinnige position gerne aus ob sie nicht vom arzt behandeln lassen zu müssen ach ich hab das gefühl es geht so total nach hinten los gleich ich will ja nicht weitermachen oh mann oh mann äh ich alter BWLer ne heute war ich sehr faul jetzt habe ich gelesen aber trotzdem hast du ja was versucht gerade oder iron we play und quatsch 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 we play und quatsch wenn wir gerne ja we do all you'll find is that i'm quite reasonably under stress given the circumstances and you aren't making it better I'll find you in sickbay when I'm good and ready or if you're gonna stay in the way of the mission I can find you in the place Captain's letter vergessen protokoll kannst du auch vergessen eigentlich aber als erstes auch wieder so offensichtlich auch aggressiv ich mach 3 Nicht gemeint, du musst hier nicht, weil ich grüße das Buster-Bott. Ja, scanne da ein paar Sekunden. Mann. Ich mag das nicht sagen. Ich will das nicht. Ich werde gefeuert werden gleich. Universell geniale Antwort von Arjen. Auch Bots benötigen einfach so ein bisschen Liebe und ein Kännchen Öl. Das könnte das Problem sein bei Janowal. Die macht nämlich oft nicht, was sie machen soll. Vielleicht, weil ich zu böse zu ihr bin. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es damit ein bisschen Liebe versuchen. Ich stelle mich nicht so an. Nein. Ich meine ja bloß, es ist... Ich versetze mich halt in die Rolle meines Charakters. Es wäre mir völlig unangenehm, vor allem, weil ich halt um Himmlerkopf habe, dass das alles ein Farce sein kann und gar nicht zutrifft. Ah, ja, ich stelle mit drei wieder. Ah, nicht gut empfunden. Das überrascht mich nicht. Sie ist aber fix da. Scannt sie doch einfach. Aufwanderer echt jetzt gerade? Warte kurz, bitte. Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Wir wissen es doch noch nicht. Wir sehen uns, also die